Naja, servuts. Ja, im letzten Portal. Eigentlich nicht erkannt. An sich übel geiles Game. Ähm. Befolge den Anweisungen. Schlafen. Vielleicht. Ich finde die Aufmachung von dem Game richtig krank. Richtig, richtig krank. Die Anime-Sequenzen. ETC. Lass mal einfach mal so stehen. Ja, das geht jetzt richtig auf den Nerv, du. Da. Ja, das geht jetzt. Aber auch die Aufmachung finde ich richtig geil. So, dass die Lippen sich bewegen. Das ist auch so eine Sequenz. Mega geil. Keine Lust. Du nimmst das öffentliche Telefon. Ich hab keine Lust, Bruder. Steht daneben, aber ich hab keine Lust. Na klar. Das ist eine Aufgabe, du. Na komm. Geh hin. Hä? Bro? Plus? Ach so, muss man von draußen. Das kann auch jeder machen. Okay. Da hätte ich mal in Sputten begonnen. Oh, verdammt. Ich wollte eigentlich mal ein bisschen rausgehen, ein bisschen erkunden. Ja. Dann können wir jetzt mal einfach mal pennen. Na klar. Ich muss wohl nach Chibuya und dann umsteigen. Schaut wieder an der Unfall. Also ich muss sagen, wie das halt so entzieht ist die Story. Richtig geil. Aber sehr, sehr krass, dass... Also wenn wir jetzt Japaner sind. Vielleicht eben nochmal. Weil es eben Japaner sind. Aber die hacken ja überall auf den rum. Die wissen nicht mehr, was passiert ist. Dann kriegt er immer eine Links-Rechts-Stelle. Das ist krass. Ja. Aber grafisch ist das Spiel 10 von 10. Spielerisch kann ich noch nicht viel zu sagen. Heute fängst du für mich an. Hoffentlich finde ich... Oh, Leute. Und auch, was alles vertont ist, ist mega krass. Also da ist ja wirklich fast alles vertont, außer was er sagt. Mega gut. Flüssig. Ich würde das ungern auf der Switch zocken. Na, komm mal. Ja, ja, ja. Reden wir mal. Ich weiß nicht, wie in der Schule ist. Ich weiß nicht, wie in der Schule ist. Ich weiß nicht, wie in der Schule ist. Wenn die Leute kommen, dann... Curry? Was ist das, was ist das? Für das ist das einfach... Zum Frühstück. Nice. Okay, jetzt wollen wir gehen. Danke für das Essen. Es wird sich nicht so schnellbegrössig. Geh sofort, geh dich mit dir zu anrufen. Ja... Mal gucken, das Spiel soll ja hundert Stunden bieten. Mal gucken wo es uns hinführt. Na klar! Wir haben es schon geöffnet. Nicht nur Zeit, nicht wahr? Geht's gut. Geht's gut. Der sieht aus wie der Schulleiter. Juten Morgen. Badehaus. 100 Yen. Keine Zeit um den Durst zu stillen. Na dann Dehydration. Let's go. Sieht gut aus. Ich würde gerne mal wissen wie das Switch aussieht. Sie steht praktisch schon zu steuern, da klar. Ich glaube hier ging es zu. Zaubern. Jaja Station. Die Ladern nehmen wir zu uns noch. Boah übegeil. Rein da. Boah übegeil. Na mal gucken was jetzt noch kommt. Shibuya. Shibuya. Umsteigen. Ja. Ok. Muss ich wo? Ui. Tjua. Ich habe jetzt alles abgesperrt. Ja. Ich verabschiede Sertag. Ich werde nicht verabschieden. Ich werde nicht verabschieden. Ich werde nicht erwarten. Ich werde nicht verabschieden. Ich werde nicht. Okay. Oh, man kann es oben noch lesen, ja. Okay, ja, bin hier, bin hier. Bitte aus meinem Gesicht. Junge, Junge. Getränkestand. Ja, wenn ich Zeit habe. Ich fühle mich los. Okay. I mean, da hoch. Da. Anscheinend. Schlenkstug verpasst. Dann hier lang. Alter, what the fuck. Ja, hier oben steht es. Da. Aha, warte. Ah, ja. Let's go. Oh, du Kacke. Geradeaus. What the fuck, was für eine Scheiße. Na dann hier lang. Jalla. Pfff. Ai, 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 ai. Ich fühle mich los. Jalla. Ich fühle mich sowas von lost. Und das da oben kann man jetzt auch gar nicht mehr erkennen. Hm, klasse. Hallo? Ah, shit. Ich fühle mich lost. Da. Oh, jetzt hören wir mal zu. Und dann links. Die erreicht man mit den Treppen. Treppen. Let's go. Und links. Nice, Bruder. Das war doch auch nur, ne? Ein Akt. Schlenkstug verpasst. Die vertun das jetzt gar nicht mehr. Schade. Das war doch auch nur, wenn man sich nicht mehr verpasst hat. Das war ja auch nicht. Das war ja auch nicht. Das war ja auch nicht. ...dringen wir einfach mal durch. Sagen wir mal gucken. Ich habe gedacht, das dauert bis wir in der Schule sind. Schleckst Schulschuss. Jo. Na klar habe ich es geschafft. Und es regnet. Nice. Das passiert natürlich nichts von uns hier an dem Zug an den... Das Spiel sieht so geil aus. Ich habe den Schuss. Ich habe den Schuss. Dann ging ich auch. Ich bin schon wieder auf dem Schuss. Ich habe den Schuss. Ich habe den Schuss. Ich habe den Schuss. Ich habe ihn getan. Ich glaube ich höre die Stimme nicht in meinem Kopf. Ich muss mal gucken ob man es auf der Aufnahme hört. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist ein Kamin. Oder ist das Kamin. Okay. Und ... Das ist jetzt das Auto. Was ist das Kamin. Was ist das Kamin. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht das, was ich. Ich weiß nicht. Du bist de Stimme. Ich weiß nicht. Ich mache nicht die, die ich nicht mehr so. Ich weiß nicht, kann ich nicht wissen, was ich nicht wissen. Du bist ein Vorhaber, oder? Ich habe nichts mehr, das andere. Ich habe 2 Jahre alt. Ich habe keine Ahnung. Das sieht so gut aus. Ich würde sagen, ich hätte gedacht, man bekommt ein bisschen von der Schule mit. Das war's für heute. Oh, yo, jetzt höre ich's, aber übelst leise. Oh, man. Nicht cool. Ah. Mach mal ein Kanal. So. Mal schauen. Drei Köpfe auch genommen. Mal gucken. Ja. Schade. Oh, das war's für heute. Ich glaube, es war's für heute. Ich glaube, es war's für heute. Guck! Diesmal wird ich nicht mehr wissen, was ich noch nicht verwendet? No! Oh, oh... Da muss ich es nicht ausdecken. Das ist natürlich nicht da. Da geht's... Ich werde es nicht in die Hälfte hören. Das ist eine Schuhe. Natürlich ist unsere Schule wohl auch. Schade, dass ich keinen Sound habe. Ich kann es nicht fixen. Woher kam es? Das ist eine Schule, oder? Na ja. Mal schauen. Ich habe mir gehört. Ich weiß nicht. Wer ist das, du? Du bist ein Schüler? Das ist super. Ist das ein Lehrer? Ist das ein Lehrer? Ich weiß nicht. Was ist das? Ist das ein Lehrer? Jetzt muss ich einen Streich sagen. Ist das ein Lehrer? Ich weiß nicht. An der Schule. Weglaufen. Weglaufen. Wir müssen fighten. Natürlich. Was ist das? Ich bin mir. 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 Weglaufen. Ich bin mir. Ich bin mir. Du bist okay? Ja, das stimmt. Du bist so ein夢. Hey, lass dich! Wer ist das? Was ist denn da? Was ist denn da? Ist das ein Set? Nicht klar. Was ist jetzt? Hey, hey, hey! Was ist denn da? Hey, hey! Aber die haben wenigstens unsere Schultaschen mitgenommen. Erstmal in den Taschen... Ach so, was? Hm. Nichts drin. Oh, mit Ketten. Das ist nicht lustig. Na klar. Na klar. Okay. Okay. Freshes Outfit, Bro. Nachtalera. Kamanche da. Jäkki. Halasen, Orange. Simp. Pulsar! Kamanche, Eita. Kamanche. 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 Sra. Kamanche! Ich bin ein Wunder und was überwachsener Name der Erfung zu haben. Ich bin so bereit, damit ich den Tod zu retten! Das ist ein Wunder! Ich bin sofort ein Wunder! Ich bin... Ich bin nicht zu können! D... Puh... Ich bin Angst, was ich mit dir geschehen? Ich bin weg! Hm, er hätte mit seinem Schwert ausholen können, aber egal. Bitte, nass die, du Hohen. Hä? Ich darf trage mich davon. Hm. Und ich gucke einfach nur zu, ja, genauso. Ich werde ein Schwert gerichtet, natürlich. Hm, hör auf, ihr guter Zeil. Hm? Du, wirst du nicht wissen, was ich? Ich sage dir, du wirst ein wenig. Du, du wirst. Wenn du ihn殺st, dann wird es schnell sterben. Ah, du... Du, du, ich will nicht wissen. Das ist ein ganz unbefassungsgerät. Der Schock ist nicht so gut. Aber wenn man diese Hände gibt, kann man noch nicht mehr sehen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Vielleicht. Bruder, mach einfach. Oh, der hat einen Anfall. Das reicht. Oh nein, meine Brille. Den Huni bezahlst du mir. Ich werde König der Piraten und da kommt der Donner. Oh, der Puder. Oh. Okay. Zick, zick. Super Sarajin. Okay. 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 Jetzt wird der böse Lehrer hingerichtet, oder was? Ich bin der König. Ich bin der König. Ich bin der König. Du? Ich bin der König. 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 Geld. Oh, das sieht gut aus. Holy moly. Level up. Nächstes Level. Narre. Hm, hm. Okay. Oh, Siege der Rebellen. Cool, Trophy. Was ist das? Was ist das? Oh, ich dachte, die wollen den jetzt däden, Alter. Oh, mein Autohose. Oh, ich bin zurückgekehrt. Oh. Scheiße. Kussige Alter. Nein, nicht weggekehrt. Ihr tut ja nicht. Häh. Wie, Blue? Dann hauen wir mal ab hier. Da siehst du, der Lightmanage ist ja gebraucht. Ich finde es ist so nicht smooth. Die Kamera ist viel zu schnell. Die ist viel zu schnell. Die sollte so ein bisschen smoother sein für dich. Boah, sieht das gut aus. Was geht? Spezialzonen an bestimmten Stellen in deinem Dungeon kannst du mit x verschiedene Aktionen aus 4.5x. Wenn ich bewegst und die Aktionen... Haben wir schon gemacht. Aber... Alles gut. Phänomenale Grafik. Kann ich hinein? Okay. Jetzt müssen wir hier einen Ausgang suchen. Okay. Nicht der Ausgang. Eigentlich nicht der Ausgang. Trotzdem haben wir einen trunkenen Luthor in. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Krachen. Meine Tasche steckt fest. Die haben ihre Tasche mitgenommen. Oh Mann, wie sollen wir das jetzt noch pünktlich zum Unterricht schaffen? Die haben wirklich ihre Tasche mitgenommen. Ich habe ihn einfach verlassen. Okay. Schade, dass man hier mit nichts interagieren kann. Was? Moment mal. Ach so. Ich kann nicht in meine Form gehen. Wir müssen uns verstecken. Nice. Wir müssen schauen. Wir können theoretisch wieder zurückgehen. Nein. Warte mal. Die versperren uns den Weg. Okay. Nein. 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 Da ist ein Gefangener. So nach dem Ausweg. Also wir helfen ihnen jetzt nicht oder was? Das sind alles Schüler oder was? Oder ist der Lehrer dafür verantwortlich, dass die ganzen Unfälle zustande gekommen sind? Hm. Was ist das? Du bist nicht ein Schroer兵, oder? Du gehst von hier! Du hast eine Karte, oder? Der Weg raus ist hier! Aber du bist ein敵, oder? Du bist nicht ein敵, oder? Du bist nicht ein敵, oder? Liza. Leise. Bro, ich hab eh. Wie du nüchst. Wird mir nicht einfach alle jetzt befreien können, oder was? Oh. Oh. Warte. Er hat gesagt, Kek-W-Kuhn. Kek-W-Kuhn. Oh, nice. Ah, scheiße. Die Zeit läuft einfach weiter. Ja, vor allen Dingen der andere Schüler ist dann ja halt auch nicht da, ne? Warum Kek-W-Kuhn? Und warum ich Sakamoto-Kuhn? Oh. 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 Okay. Oh. 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 Oh ich bin der Mann! So... Scheiße! Ja, mein Leben. Längt ja auch, schlägt sich davon ab, na, Bro? Ach komm, machen wir hier nur Specials. Spach. Spach. Das ist die Grundsache! Hör, schnell, schlägst du mit den Top 2 und schlägst! Achso, er hat auch noch eins. Cosplayer. 80. Double 12. Woher kriegen wir das Geld? Hä? Also anscheinend gibt es eine Party. Ich spiele das Spiel wirklich blind. Ja, das ist unser G-Voot. Wer ist denn da? Bro? Achso. Das habe ich automatisch gemacht. Oh! Hm. Ah! Hm. Na dann mal los. Drugs. Ooh. Let's go. Menü drücke der Reiecke um deine Werte und Personas zu überprüfen. Du siehst hier auch Skills und Gegenstände. Zeig mal her. Oha. Alter, sieht das krank aus. Das ist... Also das Game. Das Game ist krank. Das Game ist sowas von krank, du. Können wir auch andere Türen öffnen? Anscheinend... Oh. Oh. Da ist sogar nichts. Aber hier nicht. Okay. Okay. Na dann. Gehen wir hier lang. Was? Nicht da lang? Der Ausgang ist da drüben. What? Achso. Aber warum ist das gelb? Moment mal. Oh, der macht die Gestütze. Shujin. Das ist unsere Schule. Na komm kämpfen. Bro. Oh nein. Kann man nicht gegen kämpfen? Nee. Spaltung. Oh. Leichter Fluchschaden beim Gegner. Leichter körperlicher Schaden beim Gegner. Leider werden die nicht angezeigt. Aber ich denke, das sind Fänen und Flüche sind richtig geil gegen die, oder? Das ist hier angezeigt. Verführiges Mädchen. Ja. Ja. Schwach. 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 112. Überrasch. Ach was. Oh nein. Herzschlag. Ja komm. Deckung. 87. Keine EP. Gäil. Da krieg ich irgendeine Bock auf Smash, ne? Gut, wenn du hierher kommst, gehst du! Zum Glück habe ich Persona 4 auch noch am Start. Persona 3 habe ich mir noch nicht gekauft. Nein, ich habe keine Zeit zu erzählen. Hey, ich gehe jetzt! Wenn du hierher kommst, gehst du! Ich verstehe, schlusser! Nurobro, unser Klassenkamerad. Boah, sieht das dick aus. Wenn es wirklich 100 Stunden so weitergehen soll. Ja, genau! Ich habe geholfen! Ach, Akane! Du bist so glücklich, oder? Du wirst hier! W-warte, ey! Du bist so glücklich. Du hast dir den, woherst du? Du bist so glücklich. Du bist so glücklich. Du bist so glücklich. Du bist so glücklich. Alter. 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 Ja. 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 Oh! 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 Ich habe die ganzen Bücherregale zerfetzt. Ich bin froh, wenn ich mich erinnere. Komm! Komm! Du bist? Ich habe noch etwas zu tun, denn ich habe noch etwas zu tun. Ich bin hier wieder. Ich bin hier wieder. Ich bin hier. Ich bin hier. Du bist hier nicht, oder? Also, lass mich nicht hier! Wir haben das. Die Leute sehr verwendet sind. Ich habe das nicht gesehen. Es ist sicher, dass ich die Verlustreine sieht. Das ist, was da. Ah, pünktlich zur fünften Stunde. Wer weiß. Oh, nein. 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 Drogen. Vedicaments. Let's go. Safety Vedicaments sind da drin. Oh, nein. Er hat mich gemobbt. Oh. Süd. So in der Art. Er hat mich gemobbt. Mies. Zum Glück hab ich nicht meine Drogen gefunden. Bruder. Gehen wir. Ich bin nicht zu spät. Komplett. Komplett zu spät. M-Mando. M-Mando, das ist wirklich. Kannst du eigentlich gehen? Ich bin nicht zu spät. Komplett. Komplett zu spät. M-Mando. Das war's für mich. Die Regierung hat den Anruf gestellt. Das war's für mich. Nigi-Jima. Das war's für mich. Ich werde jetzt fliegen. Hm. Untertitelung im Auftrag des ZDF Ich habe mich noch nicht geholfen, was ich? Du willst mich wirklich nachhaltig sein? Es ist egal, ich werde mich überlegen. Komm! Was? Ich habe auch noch nicht geholfen. Ich habe auch noch nicht geholfen. Hier ist es eine gute Beziehung. Ja... Wenn du Kamoshida gesagt hast, dann bitte kommen. Das ist eine Wahrheit. Das ist eine Wahrheit. Das ist ja so. Und zwar ist es, dass die alten Erwanderung der alten Erwanderung ist, oder? Smeck Kekwee. Bitte her Kekwee. Im Schloss? Nein. Es war ein Mädchen in deinem Auto. So. Jetzt erinnere ich mich. Das Mädchen ist immer im Auto. Hoffentlich habe ich die Klimaanlage angemacht. Okay, noch ein paar mehr Augen. Du Fioro-Girl. Du Fioro. Ich lach. Kawakami-Sensei hat auch noch ein paar Tage mehr vergehen. Fühl zu schnell. Du bist. Phięks, Phięks, Phięks. Wenn Du nachher schämst. Ich bin nicht responsabler. Ich werde mich überreden, oder? Der Spieler von der Rückseiteiten, der im Studenten, der 5-Linste Medaillist in der Schule, war der Kamoshida Kamoshida. Ich habe mich über das Kamoshida getan und verletzte. Ich habe auch durchgeführt, aber ich habe keine Ahnung. Warum hast du das? Später. Das ist nicht vorbei, oder? Noch einmal. Schau dich gut. Geh deine Zeit. Okay, Geschichte nachlesen. System. Story. Datenspeiern. Let's see you. Na dann. Let's go. Let's go. Let's go. Bis zum nächsten Mal.